Jungs, ich bin für die und wer auch? Wie soll? Er ist richtig auf 5-Head einfach. Ich bin nicht für die Ahnung. Ich bin nicht für die Ahnung. Ich bin nicht für die Ahnung. Ich bin für die Ahnung. Wie kann das nur sein? Oh, haut die Geld. Der meiste Gamer. Nee. Du wolltest mich nixen, das weiß ich ganz genau. Woll ich nicht. Junge Noah, komm cleanst du rein? Ja, natürlich. Aber du oder was? Hey, ich clean nur dich. Den Rest lasse ich lieben. Affore! Loil, was dahinter geht. Hier ist maßen Karambolage. Die Frage ist, wo ist der Prime? Hä? Wo ist der? Der kommt von hinten. Hä? War mir schon klar. Ah! Oh no! Ah! Junge! Ja! Dog Space! Was für Space! Oh! Saved! Oh! Der ist vom Miracle gekommen! Er lebe hoch! Er lebe hoch! Er lebe hoch! Er ist Gott! Oder ein Engel! Oder Brian! Oder Air Force! Das Leben des Brian! Oder ist Air Force! Ist es Air Force? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist Brian! Wieso? Nein! Es ist Brian! Zumsihari! Was machen sie da oben? Ich... Ich möchte jetzt... Ich möchte den... Äh... Ah! Ah! Oh, Loot! Nice! Ich hab mich einfach ganz hochgedreht! Wollte auf Susi drauf fliegen! Hatte ich geklappt? Das ist jetzt nicht... Ich hatte eh nichts, aber ich hatte noch einen Heuport glaube ich und äh... 3 Gaps oder so. Ja, 6. Ja, 6 Gaps, keine Ahnung. Ach, 6. Ey, warum 6? Hab ich ja verstanden. Warum schmeckt das? Ja, 6. Nur wollte ich ja Susi heiße. Oh, outplayed. Ja. Baseback wird grad ne Susi. Wie sieht's aus? Numi, wie fühlst du dich grad? Numi, wenn das jetzt ein oh my god wie du wär, so der Jan von Ape Prime, ne? Wenn ich dir die Frage stellen würde... Was ist dein... Größte Angst! Oh god! Was ist deine größte Angst, ja? Space! Ja! Ah! Zum Glück! Hey, Olga! Na? Hallo! Olga! Ja! Bring einfach rein, ist so. Guck mal, wenn du das noch hinbekommst, ihn zu töten, kriegst du von mir. Daulutscher! Geil! Du hast Löcher! 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 Können Flug! Nein! Ja! RAAA! Schlecht war ich dann! Go! Ja, das ist voll auf. Geil! Junge, mein Bitch, du bist wieder schwarz! Junge, du Rassist! Rassist! Ehrlich so, ne? Warum ist der nicht weiß? Nee, Alter, ich sag einmal schwarz Rassist! Ja, ist doch fast. Rapist! Rassist! Okay! 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 Wer hängt eigentlich hier auf meiner Insel? Boom! Werbo! Jungs, bitte nicht angreifen, weil ich mach... Mach auf! Ey, Junge! Scheiße! Ich hab nie mal gezeiten, muss ich das machen! Ender Perle! Die Ender Perle! Die Ender Perle! Oh! Ich hab Zeit! Danke! Nee, ich hätte nicht drauf bekommen, hätte ich Zeit gehabt, um mir Sachen zu machen. Okay! Ja! Nein, Space, nein! Okay, dann bin ich Meister Gamer! Ich bin im Kopf einem trotzdem gelaufen! Ey! Darf ich nicht? Lass zwei gegen... Lass zwei gegen eins gegen Space machen! Ah, ich hab kein Wasser! Huch! Ich will ein Ender Portal wollen! Ender Portal! Nee, geht doch nicht! Nein! Nein! Oder lasst es einfach sein Leute, oder lasst es einfach sein. Was mein, ich baue jetzt den Hammer-Potter. Junge, einfach Z-Prime getötet. LOL. Als ob? Hä, wie hast du das gemacht? Einfach weggekumpot, darf ich dich töten, Zoomy? Mann, ich will da meinen Life-Goal jetzt irgendwie erschaffen. Okay, du kannst dich jetzt bekämpfen. Ich mach' noch diesen einen. Ich muss noch diesen einen Gold erfüllen. Okay, jetzt kannst du bekämpfen. Okay, ich wöre mich auch erstmal nicht, okay? Oh, geil, okay, ja, dann... Ja, probier's mal. Nein, nein! Das ist grad anders bei mir. Die Wohnung ist Wasser-Space. Spielpause. Diese Tricks sind wir grad am Ende. Miese Mind-Games. Oh, tut mir leid, wollte ich gar nicht schlagen. Ich brauch' nur was davon da hinten zu. Alles miese Tricks. Ich geh' darauf gar nicht ein. Der schlägt halt auch nicht. Ich hab' nicht da. Oh, doch! Junge, hä? Nein! Space! Ich hab' nicht in meinem Moment gelebt. Perfekt. Ich hab' nicht in meinem Moment gelebt. Perfekt. Nein, es war close, ne? War schon... Space hatte nur noch 10 Herzen. Ihr konnt' äh... Ja, ja, ja. Sub-Scare Wars mit Erfa, Meister-Gamer und Susanne HD. Susanne HD. Susanne. Ich bin Wichtiger. Ich heißt Wichtiger auch Susanne, man weiß es nicht. Vielleicht ist er ja tatsächlich ein Mädchen. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah bei einer... Ich bin runtergefallen. Bitte T-Pot mich. Leute, bitte, bitte! Uuuuuh! Warte, war was? Doch, besser! Ne, ne! Besser halt von Space getennt zu werden. Deswegen ist er runtergesprungen. Ne, Space hat gegen mich, weil wenn ich super keine Chance muss es machen. Absolut, ja. Junge, Erfur. Früher war alles besser. Früher hast du noch mit Bizi abgehangen und jetzt hängst du mit so Leuten wie mir ab. Ja. Was hast du hier gebrochen? Mütiger Arschdruck. Echt so, Alter. Junge. Erfur, ich glaub... Woll grad sagen, ne? Woll grad sagen. Ich wollt grad schon sagen. Meistergamer! Lauf Meistergamer! 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 Pfff! War grad meine Meistergamer-Stimme. Meistergamer, ich muss jetzt nicht... Meistergamer, du hast den Mussel. Den Dojo kurz von Aldi wieder machen. Den Dojo kurz von Aldi. Komm doch, das ist jetzt nicht mehr rekt. Der ist jetzt nicht mehr rekt. Der ist jetzt nicht mehr rekt. Ja Meistergamer, der ist saustark. Meistergamer, der ist saustark gemacht. Keinerseits. Ja, war super. Echt super. Mega. Meistergamer. Meistergamer, du musst jetzt einmal runden, du musst jetzt einmal... Ja, auf Meistergamer, geh auf Meistergamer. Er verlässt Team, okay? Er verlässt Team. Meistergamer. Du, du Meistergamer, Meistergamer. Ich komm, ich komm. Ich hab kein Wasser. Lösch mich. Lösch mich. Lösch mich. Ich auch. Scheiße. Schade. Perfekt Meistergamer. Auf dich zähl ich nie wieder. Das ist jetzt. Geilzeit kann ich nicht alles grafen. Aber ich halte es ruhig, wenn ich nicht suchen will. Jetzt schlag doch Meistergamer. Schlag doch jetzt mal Meistergamer. Ich halte's. Schug doch mal Meistergamer. Geh doch aus dem Merz von Meistergamer. Ich mach mir grad noch was drauf. Mach doch einfach Meistergamer. Mach doch jetzt einfach. Ja, egal was mit dir los ist. Wegwerfen. Oh mein Gott. Ich liebe dich einfach. So wurde er gerettet. Gerne, Mann. Perfekt Meistergamer. Ja, von der besten Meistergamer wäre ich. Er weiß, dass ich kein Wasser hatte. Wenn ich wachstelle. Oh, Wasser ist einfach geil. Jetzt war bei mir gelogen. Bis einfach. Duu Lalalalalalalalalalal Ey Ey, ich bin tot. Ernsthaft? Warte, ich kommt Ч.. Ich heffe dich. Ja, schon so ne. Ja, ich habh halt auch kein Wasser. Ja, ich hab heute auch kein Wasser. Ich bin gerade ein von der Rot. Din kein Wasser, ey. Auf und lauf! Geh nicht runter, helfen, helfen! Jetzt schnell! Boah, jetzt sind wir weg hier. Wow. Das ist ein Hund, der lässt ihn einfach alleine. Jetzt hat er keine Chance, wenn wir einfach so drauf gehen, hat er keine Chance. Einfach mit dem Web auf. Du musst recraften und gappen. Nein, er hat mich mal genaubt. Er war mir jetzt verkackt. Pepega! Nein, du hast meine Lava kaputt gemacht, das war nicht lieb. Juhu, ha ha, Juhu, Lava, Lava, Lava! Juhu, Juhu, der Pumuckl im roten Haar! Hey Juhu, der Pumuckl ist da! Du, 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 du du! Stark im Huf! Hilfe! Hilfe! Bin tot! Schnell Goldabfuhrein! Sonst scherbe ich! Space, 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 Space... Du musst noch viel lernen, Kollege. Du musst noch viel lernen, Kollege. Und von wem? Von mir natürlich. Und was lerne ich da? Ich weiß noch mal, dass wir vereint waren. Wir waren... Wir waren ein Schwert. Wir waren in eine Mannschaft. So! Und dann ist... Wir waren gut! Und dann hab' ich mich geopfert, damit du wegrennen lassen kannst. Das wäre nicht. Aber... Gern geschehen. Doch, ich wollte sogar, dass du da wegläufst. Pumi verzeichnet dich. Ja, das kann ich verstehen. Weil... Weil du vorher Pumi schon im Stich gelassen hast. Ja, woraus redet ihr? Minecraft. Minecraft zu roh! Dein Tod war richtig lost, also tut mir leid. Du hast deinen Tod nicht gesehen. Sorry. Er ist im Tod, ich habe schnell fortgemacht. Also Retalk hat er wirklich... Junge, ich muss in den Urlaub. Was willst du? Ja, aber der Urlaub war saukurz. Drei Tage. Ja, Junge. Ich dachte, es wäre länger. Jetzt hab' ich dich, jetzt hab' ich dich! Es hat sich auch voll lang angefühlt. Gut! Ja! Hat Spaß gemacht. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020